Das Wetter in Tolo. Nachts hatte es 11 bis 12 Grad Celsius, kein Wind. Jetzt um 9.55 Uhr hat es 18 Grad Celsius, bei leichtem Hauch, kühl von Norden. Aber wie gestern wird es bei wolkenfreiem Himmel ziemlich warm werden und man kann am Strand sitzen. Heute ist, glaube ich, der 16.12.2020.